Gründe, warum ihr gecancelt wurdet. Nach einem Date sagte er mir, du bist mir zu selbstständig, dich kann man nicht beschützen. Ich frage mich, vor was man mich beschützen muss. Vor ihm? Ja, vor Kevin? Wie? Er will denn schon eine selbstständige Frau? Ich wurde mal gecancelt, weil ich Avocado esse und das geht ja gar nicht umwelttechnisch. Sind auf dem Date in einen heftigen Regenschauer geraten und ich hab halt drüber gelacht und fand's eigentlich ganz lustig. Nach dem Date kam die Nachricht, dass er eine Frau sucht, die mehr girly ist. Er findet's störend, dass ich mich nicht aufgeregt habe, dass der Regen meine Haare und mein Make-up zerstört hat. Er will eine Frau, die auf ihr Äußeres achtet. Geil, oder? Nach mehreren Dates meinte er, das klappt nicht, weil er nicht mit einer Frau zusammen sein kann, deren Eltern sich getrennt haben. Die Wahrscheinlichkeit ist dann ja höher, dass man sich auch irgendwann trennt. Wow. Wow. So ein alter Statistiker, du. Statistisch gesehen sind doch übrigens Single-Frauen glücklicher, also...